und ich bin ja diesmal nicht alleine ich habe noch den kuhkuchen dabei und herzlich willkommen zu einem neuen video auf jeden fall spielen wir heute suchen und verstecken der sinn ist einfach eine versteckt sich der andere sucht mit heiß und kalt man darf sich nicht unter wasser verstecken und auch nicht einbauen unten keine nur hinter bäumen naja das darfst du auf jeden fall haben wir jetzt alles hier ich habe alles in die kiste ich weiß es wird irgendwie gestorben deswegen mache ich es nach hole ich mir das morgen wieder in der nächsten folge und da würde ich sagen geht auch gleich los wir sehen uns gleich so jetzt mal der kuhkuchen zählt jetzt und ich verstecke mich auf jeden fall so ich bin versteckt du kannst jetzt rauskommen ich sehe dich auf jeden fall eine minute da kann mir kurz ein paar sekunden ich muss nur eben kurz was einstecken ja gut ja wie ihr wisst mein handy geht gleich aus echt jetzt so ich sag es wird wieder kälter es wird kälter welche richtung genau andere richtung nein obwohl doch ja du kommst auf jeden fall mal näher du kommst wirklich sehr sehr nah warum jetzt habe ich nichts mehr jetzt erfährst du dich wieder jetzt kommst du nein ich bin in den bäumen ich kann nicht sehen weil es geht alter wie schwer kann es denn uns einfach zu fitten oh gott ich sag nur heiß alter wenn ihr interessiert wenn jetzt jetzt ist wieder kälter gut alter ich bis vielleicht fünf blöcke von mir entfernt oder so kann ich denn so wir sehen uns gleich wenn ich zähle und bis gleich so jetzt zu der kuhkuchen sich jetzt auch verstecken und jetzt muss ich zählen und ich warte bis ich weiß dann komm mal näher lieber dann hört man ich glaube besser nein komm mal näher damit man dich in der aufnahme besser wird jetzt bist du nicht doch nicht stimmt brauchst aber nicht zu schreien ja du mir ja nicht zuhörst wenn ich sag es geht nicht dann geht es nicht das heißt mist bist du fertig versteckt guck nicht gucke ich nicht habe ich nicht so jetzt ich schwöre der kuhkuchen ist fertig echt nein siehst du da ist eine babykuh was für ein ding eine babykuh siehst du mich äh was ja komm ich näher komm ich jetzt näher ja ich weiß immer wo einer ist ich weiß ich weiß nicht warum du weißt gar nicht wo ich bin doch komme ich extrem zeig mal auf deinem bildschirm du darfst mich nicht verarschen jetzt das ist jetzt ein ganz Spaß das kriegst du auf jeden fall noch zurück du musst genau in die richtung wo du warst in die in die ja siehst du mich kommst näher gucke ich auf mein handy ja ich gucke ja nicht und wo kommst näher du kommst näher du kommst näher du kommst näher wo bist du Du kommst hier näher! Wo bist du, Mann? Entferne ich mich jetzt? Noch mal eher. Du musst jetzt in einem von den Bäumen sein. Du hast ihn aber nicht eingebaut, ne? Nein. Nicht wirklich. Wo bist du, du? Wo? Du erfährst dich! Wo bist du? Du sagst, du findest jeden? Ich weiß nicht. Oh Gott, da hat mich jemand... Ja, und wie sieht es jetzt aus? Du erfährst dich. Echt jetzt? Ja. Jetzt kommst du näher! Jetzt kommst du näher! Entferne ich mich? Nicht wirklich. Ja, eher mehr in die Höhe. Das war jetzt ein guter Tipp. Entferne ich mich jetzt! Wo bist du, Alter? Advent. Scheiße! Ist kein Ohr! Alter, bist da bloß... Alter! Du bist an der Ball gelaufen! Wo bist du? Ah, ich hab glaube ich deinen Skingrad gesehen. Nein! Ach, nee. Er hat die ganze Zeit gefunden. Ich weiß nicht. Bin ich jetzt ganz nah? Wo bist du, Mann? Du hast gar keinen Glück. Komm ich jetzt näher? Ich bin nicht. Warte, warte. Was? Dinger, hör mal. Ah! Mann, das war zum Spaß, ne, Leute? Ich bin so kassierig. Mit einer Tortenbeige auf eingelaufen. Mann, ich dachte, guck mal, guck mal, warte, wo bist du? Ich hab dich ja gesehen. Guck mal, ich dachte, du wärst die ganze Zeit, warte, ich komm kurz rum. Ich dachte, guck, du hast die ganze Zeit so hier hast du so komisch geschrien. Und ich denk mir nur so, hä, ist der hier irgendwo? Hä, wo? Und dann war der hinter mir. Hä, ein Dinger. So, ich mach jetzt einen Cut, wir sehen uns in der nächsten Runde. Und bis gleich. So, äh, so, jetzt hab ich mich endlich versteckt. Oh, jetzt kannst du rauskommen. Ich seh dich ganz, ganz leicht. Bin extrem weit von dir weg. Du hast schon gehört, ich war im Wasser. Und ihr seht's hier, ich bin auf einer anderen Insel. Das kann ich auch schon mal sagen. Ja, du kommst auf jeden Fall mal näher. Ich hab so Angst, ne? Wenn ich grad das gesehen hab, ich bin grad fünfmal oder so an ihm vorbeigelaufen. Das kann ich... Kannst du nachher du einen ablachen, deswegen. Ich bin ja fünfmal oder so an ihm vorbeigelaufen. Ich komm nicht näher. Ja. Jetzt entfernt du dich langsam wieder. Oh, scheiße. Jetzt entfernt du dich wieder. Nein. Jetzt kommst du langsam wieder näher. Jetzt entfernt du dich wieder. Jetzt kommst du sehr, sehr... Ich glaub, das wird eine schnelle Runde. Hey, grun Apfel. Hab dich. Nein! Was war das für eine schnelle Runde? So, bis... Ja, gib her. Ja, gib her. Jetzt geht's. So, wir sehen uns jetzt in der nächsten Runde, wo ich zähle und er sich versteckt. Nein! Bis gleich. Ciao. Na auf, der Sankt-Idiot. Ey, Leute. Habt ihr das? Seht ihr das, was ihr in der Hand habt? Ich hab ein Weizen in der Hand. Ich bin der stärkste Mensch der Welt. So, er hat keine Chance. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. So. Ja, er versteckt sich jetzt und ich mit meinem Weizen der Unsterblichkeit werde ihn so ungefähr... ...sofort finden. Das will ich sehen. Mit dem Sofortweizen. Mit dem Sofortweizen. Du darfst dich aber nicht so weit entfernen, ne? Warum liegt da ein ungefallener Baum? Weil er es kann. Mit der Kälz. Oh Gott. Ich bin grad aus dem Hochgegangen, aber ich hab dich nicht gesehen. Ich baue mich mal tiefer. Du darfst dich nicht so weit, bis du mich sehen kannst. Siehst du mich? Ja. Er will sich einfach richtig heftig verstecken. Und ich weiß auch bestimmt ganz genau, wo du bist. Nicht, weil ich dich... Ich guck doch gar nicht. Piu, 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 piu. Okay, du kannst kommen. Okay, ich komm jetzt. Und ich weiß, dass du auf der Insel bist, weil ich dich kenn. So, ich nehm das Weizen der Unsterblichkeit in der Hand. Komm schon auf jeden Fall. Ja, ich hätte den Apfel unter der Hand nehmen sollen. Ich hab dich nicht gesehen. Den Apfel hab ich auch nicht gesehen. Und... Kommst näher. Da seh ich dich schon. Oh, Mann. Alter, das war mal ne schnelle Runde. Jetzt darf ich noch einmal. Und dann war's das für heute. Nee, vielleicht schaffen wir noch zwei Runden. Ich würd sagen, bis gleich. Er hat vergessen, aufzunehmen. Ich hab jetzt aufgenommen. Äh, ich hab mich versteckt und ich bin extrem. Ich seh dich so nah, ne? Du kannst rauskommen. Ich hab dafür jetzt einen Baum und der Unsterblichkeit. Ich hab hier nämlich mein, äh... Und ich hab das Weizen der Unsterblichkeit. Alter, du wirst mich sofort finden, glaub ich. Ich bin hinter so einem kleinen Baum sogar. Oder einem großen Baum, aber... Oh Gott, der ist jetzt schlecht bei mir. Ach, ne, mehr. Ja. Hier, mehr. Ja. Halt. Du bist ganz scheiße. Du bist ganz scheiße an mir vorbeigelaufen. Du bist ganz scheiße an mir vorbeigelaufen. Was lachst du so? Mann, er hat mich gefunden. Ich bin nicht mehr da, ne? Was ist? Wir sehen uns. Äh, äh. Hä, was? Ne, das muss ich jetzt aufnehmen. So. Äh, ich mach jetzt gleich eine neue Runde. Also, ich würde sagen, wenn der sich noch abregt. Siehst du mein Blick? Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's schon mal von dem Video. Lass doch ein Like, lass doch ein Like da, wenn's euch gefallen hat. Und abonniert für mehr Videos. Ähm. Wir sehen uns morgen. Oder heute nachher. Äh, oder später. Tschüss. Tschau. Tschau.